Klar TV berichtete am 2.9.2024 über die Verhaftung des Gründers und CEO der Instant-Messaging-Plattform Telegram Pavel Durov. Das Hauptverfahren steht noch aus und es drohen ihm über 10 Jahre Gefängnisstrafe. Durov darf Frankreich bis zum Hauptverfahren nicht verlassen. Nur einen Tag nach seiner Verhaftung meldete Rumble-Chef Chris Pavlovsky, dass er Europa verlassen habe. Pavlovsky schrieb nur einen Tag nach der Verhaftung des Telegram-Chefs auf X, ehemals Twitter. Frankreich hat Rumble gedroht und jetzt haben sie eine rote Linie überschritten, indem sie den CEO von Telegram, Pavel Durov, verhaftet haben. Angeblich, weil er die Meinungsäußerungen nicht zensiert hat. Rumble wird dieses Verhalten nicht hinnehmen und alle verfügbaren rechtlichen Mittel nutzen, um für die Meinungsfreiheit, ein universelles Menschenrecht, zu kämpfen. Wir kämpfen derzeit vor den Gerichten Frankreichs und hoffen auf die sofortige Freilassung von Pavel Durov. Klar TV berichtete bereits im Februar 2024 vom diesjährigen WEF-Treffen, dessen Inhalt einer Kriegserklärung gegen den freien Journalismus gleichkam. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen leitete ihre Rede beim WEF mit folgenden Worten ein. Die Hauptsorge für die nächsten zwei Jahre sind nicht Konflikte oder das Klima, sondern Desinformation und Fehlinformationen. Dicht gefolgt von der Polarisierung unserer Gesellschaften sind diese Risiken ernst, weil sie unsere Fähigkeiten einschränken, die großen globalen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen wir konfrontiert sind. Die Ziele der Globalisten sind damit klar gesteckt und werden konsequent umgesetzt. Denn wenn von irreführenden Begriffen wie Desinformation und Fehlinformation die Rede ist, versteckt sich dahinter die Absicht, den offenen Diskurs zu blockieren. Aber genau dieser macht doch eine echte Demokratie aus. Dass einzelne Aufklärer und ihre Formate intensiver denn je verfolgt werden, hat jüngst erst das zwischenzeitlich gescheiterte Verbot des Kompakt-Magazins gezeigt. Aber auch mediale und juristische Großangriffe gegen Aufklärungssender wie Auf1 und Klartv lassen nicht nach. Ganz zu schweigen von den unzähligen gut organisierten und offensichtlich stark finanzierten Hackerattacken gegen eben diese Aufklärungssender. Hochrangige Experten, die zur Aufklärung beitragen, werden medial diffamiert und verfolgt. So lebt Dr. Bodo Schiffmann, ein ursprünglich anerkannter und geschätzter Arzt, nun im Exil, weil in Deutschland Gerichtsverfahren gegen ihn laufen. Zahlreichen freien Aufklärern geht es ähnlich. Und wer juristisch nicht belangt werden kann, wird medial zerrissen, in die rechte Ecke gestellt und bei jeder Gelegenheit unglaubwürdig gemacht. Mit der Verhaftung des Telegram-Chefs und einer möglicherweise folgenden Zensur ganzer Plattformen, auf denen die Aufklärer und freien Journalisten unserer Zeit noch unzensiert berichten können, erreicht der sich zuspitzende Infokrieg eine ganz neue Dimension. Die Bühnen für Fachleute und Experten, die uns lebensnotwendige Informationen und Gegenstimmen liefern, werden mit diesen Angriffen Schritt für Schritt abgebaut. Aufgrund der bereits herrschenden Zensur auf zahlreichen Plattformen wie YouTube, Facebook und vielen weiteren, beziehen heute mehr Menschen denn je ihre Informationen von noch zensurfreien Kanälen wie Telegram oder Rumble. Doch was können wir tun angesichts einer drohenden digitalen Totalzensur? In seiner bewegenden Rede «Totalzensur, was dann?» bringt Kla.TV-Gründer Ivo Sasek es auf den Punkt. Lasst uns doch Vertrauen zueinander finden und uns auch physisch miteinander vernetzen, indem wir uns auch rechtzeitig unsere Postadressen, Telefonnummern zukommen lassen. Am allerbesten würde sich der S&G Handexpress für diese weltweite Verbindung eignen. Gewachsen nämlich seit 2009 bilden und verwalten schon Zehntausende zusammen dieses physische Netzwerk. Bitte studiert meine diesbezügliche S&G-Konferenz, damit ihr versteht, um was es da genau geht. Ich sage, diese gebeutelte Welt braucht dich, sie braucht uns alle. Wir sind die neue Welt, und zwar die neue Welt ohne Geld. Beweis, wenn du dir unser ganzes Kla.TV und AZK-Archiv auf deinen Rechner ziehst, dann hast du damit nicht nur die wahre Geschichtsschreibung gesichert, und du hast dir darüber hinaus unentgeltlich ein historisches Filmarchiv angeeignet, dessen Arbeitswert alleine schon eine Milliarde Euro übersteigen dürfte. Glaubt das bitte. Verbreitet und bewerbt daher dieses historisch einmalige Filmarchiv, wo immer ihr nur könnt. Denn Tausende von uns haben dafür jahrelang ehrenamtlich und wirklich hart gearbeitet, oft als ganze Familien oder Familienverbände. Denn unsere neue Welt, sie beginnt zu Hause. Ich bin Ivo Sasek, der seit 47 Jahren vor Gott steht. Wir empfehlen angesichts der aktuellen Entwicklung seine vollständige Rede und freuen uns, Sie bald einmal persönlich kennenzulernen. Und wenn sie ein Bewusstsein nachdenken. Ich bin Ivo Sasek, der in Ivo Sasek, der in Ivo Sasek, der in Ivo Sasek. Ich bin Ivo Sasek, der in Ivo Sasek ist ein großes Gefühl.